hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren videotutorial zu leitstellenspiel.de erst mal muss ich sagen april april gestern sind ganz viele leute auf meinen april schutz reingefallen den browser maker in der version 1.2 gibt es natürlich nicht ich habe das programm schnell zusammengeklickt das konnte auch nur wirklich das was ihr da gesehen habt es konnte kein deuten mehr das gibt es nicht und in wirklichkeit ist so ein browser game ganz schön viel arbeit ich ziehe immer mein fenster rein das ist nur eine der vielen dateien die dafür benötigt werden die ich selber alle geschrieben habe was weiß ich hier wird zum beispiel der gebäudemarker gesetzt und je nach gebäudetyps wird dann ein bild gesetzt und so weiter und so fort also wie gesagt ihr seht das ist ganz ganz viel arbeit das sind ich weiß nicht wie viele tausend zeilen quelltext die ich da geschrieben habe damit das alles möglich ist und ich bin da auch aktuell noch bei weiteren quelltext zu schreiben und da sind wir ja im moment auch dran an dem um zu wechsel zu openstreetmap und jetzt möchte ich euch noch mal einen zwischenstand zeigen und zwar ist es so ich habe hier zum beispiel meine schlägerei und ihr seht schon hier bei der schlägerei ist es so hier wird jetzt schon die entfernung in der zeit angezeigt also was weiß ich der funk streifenwagen wäre in zwei minuten 24 da der rtw hier in einer stunde 16 minuten 30 sekunden dann alle wir doch mal einfach spaßes halber den rtw auch wenn der da jetzt überhaupt keinen sinn macht aber ich möchte euch gerne mal mit was zeigen und zwar ist es dann auch so dass hier bei den fahrzeugen auf anfahrt ist jetzt dann auch so sein wird dass hier auch die zeit wirklich runter läuft das heißt ihr seht das nicht nur auf der karte dass das fahrzeug anfährt sondern ihr könnt direkt auch sehen wann ist das fahrzeug da macht es sinn jetzt vielleicht noch ein anderes fahrzeug zu alarmieren vorher stand hier steht hier immer nur die entfernung jetzt ist die entfernung rausgeflogen und dafür haben wir jetzt einfach eine fahrzeit das hilft natürlich ungemein um ja da das besser abschätten zu können ein bisschen ist noch zu tun ein bisschen steht hier noch auf meiner liste ich hole sie mal gerade nach vorne oder ich hole mal mein zettel gerade hier nach vorne was zum beispiel jetzt schon funktioniert sind points of interest festlegen neue gebäude bauen hier in den verbandseinsatz starten falsch gescrollt hier verbandseinsatz starten das funktioniert jetzt alles schon den kann man schon hier hinsetzen der zeigt dann hier auch die straße an und hast du nicht gesehen und das funktioniert alles schon das ist alles sehr sehr gut da sind wir also auf dem richtigen weg die ortssuche hier funktioniert schon und so weiter und so fort das funktioniert alles schon es sind noch einige punkte offen zum beispiel dass der die positionierung des fahrzeuges auch auf dem server richtig macht das klappt im moment noch nicht so ganz dafür brauche ich noch einen tag die automatische ankunft der fahrzeuge funktioniert aktuell noch nicht auf den handy versionen funktioniert noch nicht so richtig und das caching also das zwischenspeichern der route damit er nicht jedes mal wirklich neu berechnen muss das funktioniert auch noch nicht also wie gesagt es ist noch ein bisschen was zu tun aber insgesamt bin ich auf einem sehr guten weg und ich vermute dass montag morgen das ganze online gehen kann was heißt das ich stehe ganz früh auf und versuchen spätestens 35 im büro zu sein ja und dann schalte ich das spiel für ja wahrscheinlich nur zehn minuten ab und dann geht es irgendwann wieder online hoffentlich zehn minuten später und dann könnt ihr weiter spielen und dann sollte eigentlich sich für euch so weit erstmal nichts verändert haben außer halt dass hier eine neue karte ist und die neuen funktionen da sind ich hoffe dass es alles läuft und alles fehlerfrei dann wird das für mich ganz entspannt und ansonsten wie gesagt ich fange extra schon ganz früh an damit da nicht alle spieler von betroffen sind falls es probleme geben sollte aber ich gehe nicht davon aus dass das allzu große probleme geben wird das könnte vielleicht in der einen oder anderen stelle noch mal haken da muss man halt entsprechend nachbessern aber wie gesagt ich vermute dass es montag soweit sein wird und ja jetzt programmier ich erstmal weiter ich wünsche euch noch eine angenehme restwoche ihr werdet wahrscheinlich nichts mehr von mir hören aber wir schreiben dann noch mal alles auf facebook in die news gut das war's von mir ich wünsche euch viel spaß beim spielen und würde sagen bis die tage danke ciao